Also, Kattelbach, notieren Sie. 19. Montag nach Trinitatis, Heilung eines Lamen, Hilton Hotel, 12.45 Uhr. Wann waren wir mit den Werbefritzen beabredet? 12.50 Uhr. Also, Kattelbach, etwas mehr Tempo, wenn ich bitte. Ja, Exzellenz, wir haben Sie erst nächste Woche erwartet. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Aber die Suite ist leider nicht mehr frei. Macht nichts, mein Sohn, dann nehme ich das Penthouse. Bedauere, Exzellenz, im Penthouse und der Göttliche. Der Göttliche? Aber, Exzellenz, kennen Sie nicht Max von Meierling? Den berühmten Filmstar. Ja, die letzte Attacke. Schlucht in der Großstadt, der schöne Scheich. Ah, der Göttliche Meierling. Ihnen ist wohl gar nichts heilig. Das ist der Stuhl des Göttlichen. Das ist sein Stuhl. Nehmen Sie sofort die Koffer herunter. Auf der Stelle. Kattelbach, Kattelbach. Wenn der Herr Rittmeister jetzt aufsitzen wollen. Ja. Meine Damen, es war mir ein Vergnügen. Schwester, blasen Sie zum Angriff. Nichts wird geblasen. Jetzt wird ins Bett geritten. Das ist Molterei. Jawohl, Herr Rittmeister. Ich werde Sie erschießen lassen. Ich bitte darum. Drei Attacken und zehn Stunden im Sattel. Was zu viel ist, ist zu viel. Halbtuch, Schwester. Jawohl, Herr Rittmeister. Wie ist die Stimmung in der Truppe? Ausgezeichnet. Es wird scharf geritten. Zu Befehl. Attacke. Ich bin hier so glücklich. Walter, sieh nur. Der Göttliche. Ist er nicht schön? Sag doch etwas. Seit 60 Jahren warte ich auf diesen Augenblick. Und du, wie du wieder aussiehst. Der Göttliche zum Frühstück. Der Göttliche beim Mittag. Der Göttliche am Abend. Der Göttliche in der Badewanne. Der Göttliche kotzt mich an. So gefällst du mir. Können wir nicht einmal von was anderem reden? Von was denn, Walter? Tja, von... Von... Darf ich? Du bist eben nicht der Göttliche. Ja, 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 ja. Ich glaube, wir sollten dir einen Rollstuhl kaufen. Ja, 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 ich glaube, keine Ahnung. Vielen Dank.